Der weiß Bescheid, oder? Willst du was machen, oder was? Ja, und dann? Ja Zu kalt! Heute nicht! Schön Was machst du denn? Schau doch rein Schau doch rein Mach doch Mach doch Du musst rausziehen Auch? Ja 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 Das machst du gerne, oder? Ja, mach den Anfang, Mama Ach, noch eine ist, noch eine ist Wasser Ja Es ist Wasser gefallen Das sind keine Seile Hier halten die da hinten an und dann setzt sie sich, stellt sie sich gleich wieder rauf Das Ding los geht Er ist abgesunken Jetzt muss er sich festhalten, bis er erstmal hochkommen kann Jetzt geht er gleich los, das auch Bei ihm dauert es noch ein bisschen Bei ihm dauert es noch ein bisschen Bei ihm dauert es noch ein bisschen Der sieht nichts aus Hier Wie macht er das denn? Mit der Handmaschine Oder was? Was? Der kann nicht fahren Der kann nicht fahren Der kann nicht fahren Ist ein Theater hier? Vielleicht lernt er das noch heute Vielleicht lernt er das noch heute Ja, mach ja rein Er sortiert doch mal wieder die Beine Ach so Aha, da sind die Lehrer Mit Fernbedienung Mit Fernbedienung siehst du Motor kannst du das Das Ihr seid Ja jetzt, der Stolten, ah nee, der schafft das nicht, der schafft das nicht. Der muss noch viel lernen. Der muss noch viel lernen. Das ist Amphitheater oder was? Das habe ich gerade eben gedacht. Ein Theater, ne, hier irgendein Show, Tanz vormachen. Wenn die vielleicht am Surfen sind, oder? Hä? Wenn die vielleicht am Surfen sind, die auch so springen. Vielleicht machen die, weiß ich nicht. Aber ne, Animation oder irgendwas machen die bestimmt. Und die Leine. Da drüben, da drüben sie die Enden. Möde Smöp, möde Smöp. Ja? Ja. 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 Da sind jede Art Fische, Schatze. Das sind auch Schickies. Jede Art Fische. 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 Ja. Ja. Da machen die Fußball. Super. Und ein Surfskateboard. In der ganzen Enten. Das ist immer alles langweilig. Das ist ja was für dumme. In den Parkour laufen würde er hier machen. Der könnte den ganzen Tag hier rumlaufen. Fische, der Campingplatz. Hm? Also hier könnte man ganz locker Fische fangen. Nur mit Schnur. Keiner sieht das. Ja, das sieht hier gerade in der Ecke sitzen. Ja. Angel braucht man nicht dazu. Einfach nur eine Schnur. Mit Haken. Einfach so rein und dann guckst du ganz langweilig. Ja genau. Genau. Wenn man das zubbelt. Ja genau. Hast du jetzt das? Komm, gib Abschluss. Ja. Nee. Deichkicker. Hier Parkschein lösen. Alles mit Parkscheinen hier. Jetzt noch weiter. Das musst du bezahlen. Zwei Euro. Ja. Ist das der da? Fuldau. Wolltieren wieder. HBL? Ja, ne? Ja, ja, ja. Mama, sei geschafft. Ich sag doch gar nichts. Da fließt sie wieder so bei Pindu. Ist das ein Renault oder Fiat? Das ist ein Volkswagen. Das ist ein Volkswagen. Das ist so eine. Hm. Ja. So alles mögliche, was in die Quere kommt. Natur, Autos. Das ist schön hier, oder nicht? Kinder. Ja. 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 Das ist richtig schön zum Abschalten. So Wochenende. Das kommt auch mal zu trinken mit, ne? Ich dachte nicht. Ich sitze hoch. Oh, ich sitze hoch. Tag! Weil sich jemand leuchtet. Hast du das Traum? Zeig mal mich aufs dem Zeig mal. Ich darf auch fachen mit. das